Ja, das ist fast eine Komponente des gestrigen Videos ziemlich gut zusammen hier. Und trotzdem war es auch mit dem Hauptkampf allein das längste Heckmanns-Video bisher. Okay, und dann heute ein Doppelkampf. Ach, echt. Aber ich mach den Kampf bis einfach spätestens beendet zu haben, ey. Ich kann nicht mehr. Ich will halt einfach nur fällig werden hier. Kors ist die Target-Type, Kammer, Psychic-Type, alles klar. Ei. Ich... Ne. Wie gut, dass das die letzte Folge sein wird. Kannst du auch nicht mehr? Das ist too much heute. Hab noch was, okay. Ja, ich weiß nicht mehr, womit ich angreifen soll, um ehrlich zu sein. Ja, was denn? Ich überlege. Ich kann dir nix... Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geb auf. Ich geb auf. Ich geb auf. Ich bin nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das fast die letzten 15 Folgen eigentlich komplett zusammen, ich bin auch dieser Meinung, ja. Ich kann auch nicht mehr mehr dazu reackten an diesem Punkt. Ich will einfach nur diesen Kampf jetzt machen und dann ist es vorbei. Weil in den Outtakes, die nach diesem Video kommen hier, da hatten wir auch schon wieder Landshod und Gastronom. Was soll ich dazu noch sagen? Ich kann mich überhaupt nicht mehr auf diesen Kampf konzentrieren, weil ich euch ganz ehrlich kann mich auf diesen Kampf gerade nicht konzentrieren. Ich drücke einfach nur wahllos Attacken und greife damit irgendwas wahllos an. Mehr kann ich nicht mehr tun. Mehr kann ich nicht mehr tun. Ich will das jetzt einfach nur vorbei haben. Es ist furchtbar. Es ist absolut furchtbar, ey. Was ist das hier eigentlich? Das ist die Vorstufe von diesem T-Pokémon, wa? Sind das viel, ey. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Strategie, ich greife einfach nur an und gucke dann, wie es läuft. Man, 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 ey. Was soll ich sagen dazu? Ah, nee. Kann man das nicht irgendwie abkürzen? Hier, du. Das hier ist jetzt kein normaler Kampf mehr, wo ich jetzt mit Leib und Seele dabei bin. Ich bin einfach... Meine Energie ist weg. Ich denke mir einfach nur, was soll das eigentlich? Was erlebe ich hier in diesen Videos? Diese fünf Folgen jetzt von 64 bis 68, die wurden alle hintereinander aufgenommen wieder am selben Tag. Und ich weiß nicht, wie viele Gast und Landton ich gesehen habe. Und über Landton freue ich mich ja immer wieder, aber nicht, wenn es vielleicht 5.000 Mal da ist. Also eigentlich schon. Man kann es bloß nicht so wirklich verarbeiten dann. Ich binrespect, ich denke, dass das alles st sentences plateieren kann. Mach einfach. Ich dreine aus. Suppe nicht, nur die Polo. ja aber er scheint ja auch nicht zu wissen was er tut weil ich habe eine problem noch mal so triffst du dass ich kann aber es geht nicht raus wenn ich ein dina wachstum und dann kann das nicht rausgeschickt werden aber das ist ja cool zu wissen das habe ich mir da ja ja wie gesagt wie geht es denn gar nicht ich will einfach dieses video wieder aufnehmen und dann soll es vorbei sein freutig ich kann ein paar punkte nicht mehr sehen eigentlich das ist ja mal richtig gut wieso hast du eigentlich zwei intelligen lieben soll mir das eigentlich schon wieder sagen das sehe ich jetzt erst ach Gott ey machen wir einfach warum denn dich das ist doch die Attacke von hier von dem Hasen von dem Hasenstarter von Liberlo beziehungsweise Cinderace und das liebe ich hier nicht das ist dumm oh shit jetzt hat echt nur was gekillt ach du scheiße das ist das Illusion Pokémon ich dachte irgendein Talion wäre das ich bin verwirrt ich bin verwirrt ich bin komplett verwirrt ich weiß nicht mehr wie die pro Monat wahrscheinlich noch vier oder die Anzeige der Hüfte nicht großartig weiter dabei und das mitbekommen doch jetzt wieder die Gamax machen oder ach du scheiße bist du fast an der Hornbauer ey hau das Ding einfach weg bitte hau es bitte einfach weg ey bitte spieß das Ding aus bitte ja natürlich kommt es wies yes yes schreib das jetzt im Chat ich stirb alter oh ne ey boah tyode so ah nie machem doch mal auch ein Bucher psche schade 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 Mal gemorpusst ion je popt hm du kannst das objektiv treffen das ist schön und ja das kann ich ja auch objektiv treffen war so alles ok oder es kann gar nichts das hat nochmals gemacht scheiße verarscht das ding kann gar nix dann muss ich jetzt voll darauf gehen oder hier spiky shields vielleicht vielleicht frede ruf rein alter oh aha ein zug gerettet alter ein zug gerettet nein ist das dumm alter ist das fucking dumm wieder floh du kannst nichts dagegen tun willst dagegen machen was nur müll attacken hier im app-blog könnten wir probieren wenn überhaupt bei uns irgendwann das war auf meiner seite mir eingefallen oh gott das ist doch nicht dauer das kann noch ein bisschen was ausrichten alter nein wieso brennst du denn du dumme stück ich bin so weit hinten was soll ich denn machen verfickt noch mal so viel punkt hat er denn jetzt noch ach das ist das letzte jetzt ich wusste anhand der grafik weißt du nicht wie viele punkte da hat er kann nichts mehr tun das ist das letzte so das brennende wieserflur macht das jetzt vorbei alter schaut euch diese grafik das passt doch alles zusammen ja ich freue mich dann in der nächsten aufnahme sehen noch weitere gastronomie landtoren bis zum nächsten mal ciao mein gott gastrodon das gibt es doch nicht wie oft kommt das viel mit sehen ist das hier irgendwie alter war ich schick dein sein ja 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 auch schon da ausbezeichnet schick dein sein alter mann ich hasse diese gastrodon über schwemmung im spiel ey so alter ey mann alter ok da schick ich rein dann das ist die neun die brennende was wieder wie das war so ein ruf das war so ein ruf das war so ein ruf was ist das denn ey oh man ey wir haben alles dabei wir haben Dartrix wir haben Langton und wir haben schon wieder irgendwas mit Gastronomen auch die Vorstufe das gibt's doch gar nicht